Wenn alle Trümlein fließen, so muss man trinken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, tue ich ihm winken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, Julia, rufen darf, tue ich ihm winken. Ja, winken mit den Eurelein und treten auf den Fuß. Es ist einer in der Stube drin, die meine werden muss. Es ist einer in der Stube drin, Julia, Stube drin, die meine werden muss. Warum soll sie's nicht werden? Ich hab sie ja so gern. Sie hat zwei blaue Äugelein, die leuchten wie zwei Sternen. Sie hat zwei blaue Äugelein, Julia, Äugelein, die leuchten wie zwei Sternen. Dankeschön! Dankeschön!